Als Kid Maurer, dann bekommt man drei Stacks, 64 Ziegelsteine. Ich mach es. Schau mal in meinen, ähm, auf mich. Ich hab das Kid. Halt's auf. Oh. Ja, ich muss fliegen. Oh, ich a**. Wollt's fliegen, ob das schon bahn? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie viele Blöcke ich habe? Okay. Ich habe vier Stacks of Bricks, neun Bricks, ein Stack Holz und 26 Oakwoods. Das heißt, ich hab ein Schluck für mein Schwert, anstatt für meine Interpelle und der Rest ist für mein, wie heißt das? Äh, für meine Blöcke. Und du hast den Secret Chest nicht gelootet, bist du dumm. Was kann man den Secret Chest? Äh. Jaaa. Brauchst du ein Schwert? Das heißt, nein... Ich wusste gerade... Diaz abbauen. Nein. Ich hab schon mir ne Hose gemacht gehabt und hab jetzt ne Eisenhose doppelt. Ey, gib mir eine. Hast du genug Blöcke? Ich kann dir welche abgeben. Gib mir mal ein Stack, Bricks. Okay, warte, eine... eine Sekunde. So, ich brauch hier noch Essen. So. Brauchst du dir Schwert? Äh, ich hab schon eins. Los, Tor, Tor, Tor! Let's go! Los jetzt! Hast du Corewebs? Äh... Ne. Ich hab auch kein Waseim. Aber ich hab nen Enderperle. Ja, du! Ich hab noch 1,646. Geht es nicht höher? Doch, aber wir sind ja irgendwie ne Hausfrau. Ach so. Ich hab hier die Wand gebaut. Ach so. Ich hab hier die Wand gebaut. Das ist unsere Essecke. Nein, ich hab... Hast du, äh... Hahaha. Echt? Jetzt fährt unser Haus. Nein! Wir waren einfach nur pure Scheiße. Okay, wir hören jetzt auch. Ey! Okay, wir hören jetzt auch. Okay. Kommen die hoch? Nein, ich bin bitte runtergefallen. Ich hab... Ich hab mir... Ich bin... Ich bin da vorbeigesprungen. Hä? Bist du dumm? Ich bin vorbeigesprungen und hab mich dann... äh... mit ner Enderperle gesaved. Ja, ich hätte nichts. Ich weiß, was das Bittere ist. Mann! Ich weiß, was das Bittere ist. Ich bin auf nem Kuchen aufgekommen. Ist jemand? Ich hab... Ich hab... Ich hab... Easy first try. Alter... What the fuck? Und mal geht's nicht mehr. Ne... Boat Glide. Ich bin da. Das Wack, wo ich runtergefallen bin. Das Wack, wo ich runtergefallen bin. Das Haus sieht einfach schön aus. Ich hab keine Blume. 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 Ich hab keinen Blume. Du bist so dumm. So. Das geht doch auch als Dach, oder? Was? Das geht doch auch als Dach. das ist die miete aber das zu bauen das dauert wirklich eine sekunde ich sterbe erst mal oh der eine bauze mit goldblöcken schau mal was da steht Was steht da? Ich konnte nicht rein, ich werde von dir weggedrückt. Was, ich höre es? Ich muss gewissens schreiben. Aber erstmal halt noch Werbung machen, okay? Alter, es passt aber auch mega ab, wenn sich Leute stacken, aber wir machen es halt einfach. Und der eine, vor allem der eine steckt sich mit Goldblöcken, der ist das Richkind. Und der hat das Diefkind. Ah nee, hat er nicht. Jetzt Wasser platzieren. Alter, wenn sie jetzt denken, die können hochschwimmen und dann fallen wir runter. Jetzt runter... Ich werde am Ende... Ich werde am Ende... Die lesen sich das Schild durch. Eww... 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 blöcke form ich habe keine blöcke ich werde die kiste aufgestellt ich hatte die guckt da rein und denken mir die bleiben einfach die ganze zeit stehen wenn dieses video keine 80 likes schafft dann weiß ich auch nicht wenn dieses video 100 likes dann machst du facecam ich brauche mich gerade die ganze zeit nach oben da muss ich als erstes die grund herrschreiben wie du da heißt also per tss und ich will es nicht rausschneiden müssen okay eine sekunde ich muss mich dann noch einloggen ich bin schon eingeloggt das auto starten ähm so skype dich suchen okay ich hab ihn zugefügt die checken so die checken soll ich dass du dich hier hinterher fest ich musste mir jetzt wieder eine tür kraften jetzt habe ich auch ein bisschen mehr holz aber das ist auch wirklich schön das ist mein erstes design ja mutig dann mal in der in skype ja okay ich mache jetzt bildschirmung betragung wir wollen den skype anlassen weil dann hört es besser vom sound an äh ja okay ich lefte den tiers ich weiß jetzt höre ich dich nicht ja hallo ja ich habe gerade fps drops da habe ich jetzt 20 ich habe leider kein thema verstehst du warte ich baue ich baue jetzt ich baue mir jetzt die armbäuße ab und die tür ja mehr blöcke ey laufen sie nicht rein dein ist jetzt schon da komm den hast du down ja okay aber ich bin jetzt halt fast voll dir ne ja komm den einen muss einfach nur runter boxen da hast du gewonnen ich muss ihn öffnen ich muss ihn öffnen ja okay ich sehe dann yo fuck okay spring spring nein nein ich bring einfach runter zu dem jolo jolo da der andere ist jetzt auch da jolo mach jolo box die beide runter und bau uns was dazu ich dachte er hat immer Türen der Zwischenbett kuchen kuchen ich muss hier ich will hier nach unten hier nach unten ist so random also ich mag auch Türen auf Kuchen unter kuchen auf Goldblock und über Kuchen ich muss den Kuchen abbauen tut mir leid was komm ich hab kurz oh jetzt wieder laufen habt ihr nicht übertrieben für die Palschaden kattiert nein ja okay ich hab grad was zum MRG machen heißt es schief so ich hab noch ein paar Blöcke ne schief die 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 auch noch Ich hab keine Blöcke mehr. Hast du Essen? Scheiße. Nein. Scheiße. Scheiße. Doch. Ja. Nein, ich brauch Essen. Ich hab sogar coole dabei. Geil. Ich brauch's nicht. Und schon fünf gebraten. Krieg ich eins? Alter. Wie gut ich dir daran gedacht hab. Ich kann mir eine Angel machen. Ich will auch eine. Ich hol mir von hier hinten. Ich hol mir von hier hinten. Soll ich? Warte. Ja, mach. Nein, ich brauch nicht auf. Ich hab. Doch, komm mal hoch. Das ist dein scheiß ernst. Das gute ist, ich hab jetzt noch, wie heißt das? 61 Sticks. Kannst du mir noch Sticks blocken? Ja, halben Sticks. Jetzt sind sie 31. Ich seh niemanden kommen. Nein. Du hörst dich ein bisschen wie Enderskills an. Ähm. Guck mal, dann hat sie auch getuert da hinten. Also so wie die Tower. Tipps von euch. trump mit unsererían- Tipps von euch visst die sie her. Das lief doch mal so. Schau mal das Schild an. Willst du dich zurückbauen, oder? Schau mal das Schild ganz rechts an. Nach meinem Namen. Und The House of Blocks. Du musst da an der, wie heißt das? Nein, nicht hochbauen. Hier, guck. Komm mal kurz runter. Wenn du hier bist. So. Warte, warte, ich baue mich weiter. Alle, die klatschen, okay? Ich hab noch ne Änderperle, ne? Ich hab keine Blöcke mehr. Ich hab jetzt keine Blöcke mehr. Wir beide reagieren. Ja, okay, die kommt da nicht hoch. Die kommt da nicht hoch. Ich hab einen To... Einen Kill hab ich. Ich hab auch einen Kill. Hellsop, lol. Äh, ich komm da jetzt nicht runter, außer mit ne Änderper. Wäre das noch ein Win? Komm, den holst du dir den Win? Okay. Nein! Ich kann no ground. Nein! Nein! Nein, kannst du mich. Ja, du musst ihn einfach weiter... Alter, was machst du denn? Geh weg, geh weg, geh weg! Ah! Die Aufnahme gilt jetzt. Ich hab jetzt... Warte, wie viel Schaden machtest? Nein, nicht von so nach oben! Los, mach, mach, mach! Mach! Ja, das ist alles erst. Hi! 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 Ja, ba... Ich hab das Geld auf dir entzelt fallen lassen! Äh, ich mach jetzt MLG von hier oben. Weißt du, weil ihr seid grad nur noch von 20 Minuten Aufnahme, dann geht's so ein bisschen. Noch 10 Minuten, dann hab ich eine Stunde. Ich kenne das so durch. Wir sind so wenig. Es ist halt einfach so. Ich hoffe, es leckt denn der Aufnahme nicht. Nein. Denn ich hatte Probleme, dass es die ganze Zeit leckt mit OBS, aber ich denke, ich hab das behoben. Du brauchst Einstellungen, oder was? Ähm, nee. Das sind eigene. Aus dem Tutorial. Dann will wer in die Mitte. Ich werd eh wacker. Du bist genau über der Mitte. Du bist ganz genau fast... Ich weiß. Wenn du in die Mitte bist... Wie... Wenn du in die Mitte bist. Und du auf den Boden bist. Wie viel zu Ende? Wie lange? Wir sind in die Mitte. Das sind die Ende. Bis wann? Wie lange? Wie lange? mit den goldstocken schaffens eis gekämpft ich war halt auf für 62 die stunde geht in fünf minuten eine stunde dann bin ich dann bin ich eindeutig und 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 Oh der schweiß, hier sind keine Blöcke. Scheiße. Alles klar. Sind hier irgendwo Blöcke drin? Nee, hier sind keine Blöcke, da muss ich mich halt noch da bauen. Ey, ich bin eindeutig Fame, ne? Ja, ne? Hast du es auch aufgenommen? Ja, klar. Ich darf dir die Aufnahmen schicken, dann haben die es gleich gezeichnet. Na, ist easy. Das ist geil, ne? Ja, ich schneide dir das raus, okay? Schaffe ich dann auch Emilji hier? Ja, komm. Nein, Spaß, mach nicht, mach nicht. Ja, okay, mach Emilji noch. Wenn sie hochkommen, werfe ich sie mit Eiern und Schneebellen ab. Okay. Ich hab zwei, äh, das sind die Letzten. Das ist halt so eine Pussy-Taktik halt. Okay, mach jetzt halt, mach jetzt halt weiter, also dass ich nicht, mein Info so nicht sehe, dass du jetzt Besseres dann hast, wenn du hier am Inputiert ist. Ich bin gerade in F1-Modus. Ja. Ja, ich muss halt wissen, wo was ist. Nein, ich meine, ich mach das. Von da hab ich gerade nicht geguckt. Wie denn du weißt ganz runter? Dein Ernst? Ja, ich fack, ich sterbe dann. Okay, okay, mach nicht. Warte, ich weiß was. Ich werd dann weglaufen. Okay. Lol. Was? Die Aufnahme geht jetzt 29 Minuten. Äh, so Leute, das war von diesem kleinen Video, das ist so ein kleines Bestes gewesen. Ähm, und mir hat es richtig gefallen, das aufzunehmen. Leute, wenn ihr noch solche wollt, und die Aufnahme geht jetzt wirklich 59 Minuten. Jetzt, nach dieser Abmoderation, eine Stunde, Leute. Falls ihr noch mehr... Und, das ist sogar geschnitten, Leute. Okay, das war's für den Video, ciao. Leute.